Open Science, Open Access, Open Educational Resources. Zahlreiche Open Bewegungen sind derzeit auf dem Vormarsch und verheißen effizienteres, nachhaltigeres und transparenteres Forschen und Lehren. In meinem Kurs OER 101 stehen Open Educational Resources, das heißt freie und offene Lehr-Lernmaterialien im Fokus. Sie erhalten einen Überblick über die Bedeutung und die Potenziale von OER für die Gestaltung Ihrer Lehre. Zudem zeige ich Ihnen, wie Sie passende OER finden, bewerten und rechtssicher einsetzen können.